Wir wollen blicken auf den neuesten EM-Spieltag und der hat folgende Partien für euch bereit. Polen gegen die Niederlande, Slowenien gegen Dänemark und Serbien gegen England. Wer ist der Gast in dieser Folge, fragt er euch. Alex Trojka. Jetzt geht's los. Alles zur EM der Männer. Das war der Siegtreffer von Eder damals für Portugal. Auch schon eine ganze Weile her. Schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Hacke-Bost. Ich klinge ein bisschen anders als sonst. Wahrscheinlich halte es hier ein bisschen. Ich kann es leider nicht verändern. Ich bin heute in Stuttgart, denn ich war beim Spiel Slowenien gegen Dänemark und deswegen nehme ich auch in einem anderen Setting auf. Aber ich bin nicht wichtig. Wichtig ist Alex Trojka, der auch hier ist. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hi, Grüße. Servus. Ja, ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Du hast schon gesagt, es ist komisch, dass wir mal nur zu zweit sind. Die anderen können uns heute nicht reinquatschen. Ja, es ist tatsächlich ungewohnt. Normalerweise haben wir bei der Liga-Tour die große Runde mit mindestens drei, manchmal vier anderen Gästen. Ich war noch nie nur alleine zu Gast, von daher für mich ungewohnt. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin, da bin ich auch ganz sicher. Lass uns gleich in die Spiele reingehen. Es begann mit Polen gegen die Niederlande. Am Nachmittag in Hamburg fand dieses Spiel statt. Um 15 Uhr hier der kurze Spielfilm. Erst muss Szczesny gegen Gagpo parieren. Reinders verfehlt das Tor nur knapp. Xavi Simmonds schießt knapp vorbei. Und dann passiert das, was manchmal bei solchen Spielen passiert. In der 16. Minute bekommt Polen eine Ecke zugesprochen. Und die köpft dann Buchsa, der etwas überraschend gespielt hat, aus fünf Metern ins Tor. Zielinski hatte die Ecke nach innen gebracht. Und auf einmal führt Polen. Und eben nicht die Niederlande, die vorher das Spiel bestimmt hat. Van Dijk scheitert nach einer Ecke mit einem Volley-Schuss an Szczesny. Und in der 29. Minute gelingt dann allerdings den Niederlanden der Ausgleich. Gagpo bekommt im linken Halbraum den Ball und kann ohne Druck andribbeln. Er zieht aus 18 Metern ab. Der Ball wird noch abgefälscht. Aki hatte vorher den Ball erobert und so die Situation überhaupt erst ermöglicht. Danach pariert Verbrücken noch stark gegen Kivior. Xavi Simmonds vergibt eine Konterchance. Kivior kommt wieder zum Schuss. Es deutet sich ein 1 zu 1 an. Also, dass das der Endstand sein würde. Aber dann kommt die 83. Minute. Und in der schiebt Reinders nach vorne und chippt den Ball auf Aki. Der passt flach auf Weghorst, der mit seinem ersten Ballkontakt kurz nach seiner Einwechslung das 2 zu 1 erzielt. Moda hatte rausgeschoben auf Reinders. Und deswegen war Aki dann so frei, dass er diesen Pass spielen konnte. Es gab noch einen Schuss von Piotrowski. Den hat Verbrücken pariert. Aber am Ende, Alex, bleibt es dabei. Die Niederlande gewinnt ein Spiel, das man fast etwas leichtfertig aus der Hand gegeben hätte. Ich glaube, so deutlich kann man es so sagen. Denn in der ersten Hälfte war man schon klar überlegen, oder? Ja, wobei aus der Hand gegeben, die Formulierung weiß ich jetzt nicht, weil sie lagen ja hinten. Also sie hatten es ja nicht richtig in der Hand, wenn man es so pedantisch betrachten möchte, wie ich es jetzt gerade tue. Von daher würde ich eher sagen, die Comeback-Qualitäten. Wenn das jetzt Real Madrid wäre und die liegen wieder hinten und drehen das Ding und gewinnen spät, loben mir wieder die Comeback-Qualitäten und sagen nicht, sie hätten es aus der Hand gegeben. Deswegen will ich den positiven Ansatz. Es hat 3 Minuten 30 bis zum ersten La Liga-Vergleich gedauert. Das ist ja fantastisch. Du bist ja besser als ich mit meinem Bundesliga-Vergleich. Das ist ja da. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte den positiven, lobenswerten Ansatz wählen bei den Holländern. Und nicht sagen, aus der Hand ist ja immer so negativ konnotiert. Und ich will es eigentlich eher positiv drehen. Und ich war tatsächlich auch positiv überrascht vom Auftritt. Also das Ergebnis war eng und ja, später Sieg durch den Joker, alles gut. Aber ich fand den Auftritt beschwingend. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie schwer es sich in der Ebenen-Qualität hat. Da waren ja auch ein paar Spiele dabei, die nicht so rosig waren. Eine krasse Niederlage in Frankreich mit Ach und Krach. Dann auch, ich glaube, in Griechenland in der 89. oder so sich durchgesetzt. Das war ja sehr eng und knapp. Bei der WM hat mir der Fußball gar nicht gefallen von Louis van Gaal. Das war sehr, sehr konservativ, sehr bieder. Und von daher war das, fand ich heute schon, ein beschwingter Auftritt. Und dass es dann spät gewinnen, ist umso positiver für die Holländer. Ja, vor allem sehr variabel. Also es war ja schon die Frage, wie würde man das umsetzen, die guten Spieler, die man hat. Da saßen ja noch einige auf der Bank, also Frimpong zum Beispiel, wurde erst später eingewechselt. Und man hat auch, ehrlich gesagt, wieder gesehen, warum es einfach im aktuellen System nicht die Rolle für ihn gibt, die es braucht. Ähnlich eigentlich auch bei Chavis Simmels, auch wenn der vom Beginn an begonnen hat. Aber da war mit noch einer der Schwächsten in einem starken Team. Aber vor allem diese Dreierreihe, De Vrij, Van Dijk und eben Arke. Und Arke, der sich immer wieder offensiv eingeschaltet hat, der letztlich bei beiden Treffern mitentscheidend war. Und vorne, da haben sie gewirbelt oder haben einen Strudel fast schon vollführt. Also Reiner, das war extrem variabel. Gagpo hat nicht nur den Flügel, sondern auch immer wieder nach innen ziehend das Spielfeld bearbeitet. Memphis Depay ist ja sowieso immer überall zu finden und nicht nur irgendwie in der Sturmspitze. Also war das so der Schlüssel für diese eigentlich sehr gute Anfangsphase, bis eben dann zum Gegentor nach Ecke, aber offensiv, dass man sich eben so die Chancen herausspielen konnte? Ja, mir haben sie auch gut gefallen. Das Spiel war variabel, du hast es angesprochen. Ich fand auch, da war sehr viel Zug drin. Sie haben mit sehr viel Pace gespielt, die Niederländer. Die Passgeschwindigkeit hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also da war wirklich ein paar Zug dahinter. Sie haben mit Engagement gespielt. Mir hat der Auftritt wirklich gut gefallen. Nochmal, spätes Tor, ja, dann klingt es immer so nach. Oder dann kannst du es natürlich medial so drehen, wenn du sagst Arbeitssieg und gerade so und der Joker rettet sie. Aber ich bin ja immer Fan davon, den gesamten Auftritt zu betrachten und ein bisschen loszulösen vom Ergebnis, was natürlich leichter fällt, wenn eine Mannschaft gewinnt, als wenn sie Punkte liegen lässt. Vor allem, wenn man als Favorit ins Spiel geht. Aber ich fand den ganzen Auftritt beschwingt. Also schon das Halbzeitresultat war ja schon ein bisschen glücklich für die Polen. Ich fand, da können die Holländer ja durchaus in Führung oder mit der Führung in die Pause gehen. Memphis Depay hat ja eine Riesenchance. So ein Direktschuss vom Elfmeterpunkt quasi, der ihm so ein bisschen durch Xavi Simmonds vor die Füße fällt. Das ist ja eine Monsterchance eigentlich. Wenn du den flach oder halb hoch hältst, ist er ja fast garantiert drin. Schießt ihn halt drüber. Aber ich meine, sie hatten noch irgendeine sehr gute Chance durch Gagpro. Dumfries hatte eine riesengute Chance, die er links vorbeischießt, knapp in der zweiten Halbzeit. Es fallen mir gar nicht alle Chancen ein. Also da waren schon mehr Chancen da. Das stimmt, aber in der zweiten Hälfte, da gab es dann tatsächlich nicht mehr so viele große Chancen. Also wie ist denn das zu erklären? Es waren 8 zu 7 Schüsse aus Sicht der Polen. In der zweiten Hälfte 5 zu 1 Torschüsse. Das heißt, nur ein Schuss tatsächlich aufs Tor und der war dann das 2 zu 1 durch Wout Weghorst. Woran lag das deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, gegen die Polen Torchancen in Hülle und Fülle herauszuspielen ist eh immer schwer. Vor allem bei Turnieren. Das haben die ein oder anderen Länder, glaube ich, in den letzten Jahren kennenlernen dürfen oder spüren dürfen. Die verteidigen da wirklich auch immer bissig. Und man weiß auch, sie wählen eher den defensiven Ansatz und dann musst du die auch erst mal knacken können. Und wie gesagt, sie hatten ja genug Abschlusschancen. Ja, der Schuss kam nicht mehr aufs Tor. Aber die Schusschancen, die Torgelegenheiten waren ja schon reichhaltig da, dass du früher das Tor machst, meiner Meinung nach. Und die Polen muss man ja auch loben. Also ich habe jetzt das variable, flüssige Spiel der Holländer gelobt. Aber auch die Polen haben ja mich zum Beispiel positiv überrascht. Man weiß, dass die Situation immer sehr, sehr tief stehen und da im Low Block da alles weggrätschen, wegbolzen, wegköpfen, sich in alles reinschmeißen. Das haben sie auch gut gemacht, aber sie hatten auch gute Momente nach vorne, haben die Intensität gematcht, wie ich fande. Also es war nicht dieses nur hinten drin stehen und irgendwie warten, dass die Zeit vergeht. Polen, die ich bei der WM gesehen habe, wo sie wirklich sehr, sehr defensiv spielten, aber wenig Fußball nach vorne brachten. Diesmal waren auch die Umschaltmomente, fand ich gut, der Polen. Also die Polen haben auch ein gutes Spiel gemacht. Ich fand die Holländer einfach nur einen Ticken besser. Ja, also ich finde, wenn man so die Halbzeiten nebeneinander legt, die Hälften nebeneinander legt, wären unentschieden für mich auch in Ordnung gewesen. Also dieser Weghaustreffer kam auch relativ aus dem Nichts, eigentlich in der relativ starken Phase von Polen hinein. Also eigentlich direkt vor dem Tor hat Polen seine größte Chance, die man vergibt. Aber ich muss sagen, so ganz schlau bin ich dann doch nicht aus Polen geworden. Während ich bei den Niederlanden das Gefühl habe, ungefähr sagen zu können, warum es bessere Phasen gab und dann aber eben auch ein bisschen passivere Phasen. Das hat durchaus eben auch einfach mit einzelnen Spielern zu tun, die noch nicht perfekt passen. Und auch, also Depay wurde ja zum Beispiel auch ausgewechselt. Und ich finde, das war tatsächlich in der Phase, wo er eigentlich kaum noch einen Zugriff auf dieses Spiel hatte. Du hast es eigentlich schon ganz gut gemerkt, dass da die Statik immer noch so ein bisschen wackelt. Aber aus Polen bin ich noch weniger schlau geworden. Also der tiefe Ansatz der ersten Hälfte war ja das, was man erwarten konnte, aber den hat man eigentlich nicht gut ausgeführt bekommen. Also man hat immer, die standen ja im 5-3-2, dementsprechend gab es Platz auf den Flügeln. Wenn, dann mussten sie immer vorverteidigen. Das hat Frankowski immer gemacht, wenn es ging, dann war es eine Viererkette. Und sobald er aber quasi tief gepinnt wurde und Gagpo hat es irgendwie in Minute zwei gecheckt und es immer tief gegangen, ab dann war es eine Fünferkette. Und dann gab es ja immer Platz in den Halbräumen und auf den Flügeln. Und die Niederlande haben aber fast eigentlich nur den linken Halbräum und Flügel bespielt, immer mit Arke, der da nach vorne angetrippelt hat. Immer wenn sie quasi einen sicheren, tiefen Ballbesitz hatten, so auf der Mittellinie, dann hat er gesagt, okay, gib ihm, jetzt gehe ich mit nach vorne. Und jedes einzelne Mal hatte Polen damit Probleme, weil Arke natürlich da sehr gut ist, klar, aber auf der anderen Seite haben sie darauf auch überhaupt nicht reagiert. Das habe ich in der ersten Hälfte nicht verstanden, dass sie mit diesem Stilmittel so nicht zurecht kamen. Und in der zweiten Hälfte habe ich ehrlicherweise nicht verstanden, warum Polen nicht vor allem in der Schlussphase alles nach vorne wirft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon daran lag, dass ich das Spiel dann im Stadion geguckt habe und dann gedanklich dann auch schon Slowene gegen Dänemark für mich vielleicht ein bisschen näher war. Aber ich fand diese Schlussphase, schieb doch alle nach vorne und spiel den Ball lang rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind fast zufrieden mit dem 1 zu 2. Macht man aber natürlich im ersten Gruppenspiel auch selten. Aber warum denn? Es kommt ja nicht aufs Tordifferenz. Es zählt ja nur, wenn es um Gruppendritten geht. Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem so eine psychologische Nummer. Du hast halt noch zwei Spiele und dann fühlt es sich nicht so wie ein K.O.-Spiel an, wo du weißt, oh, jetzt muss der Torwart mit vor, weil sonst sind wir raus. Ich glaube, das ist eine psychologische Geschichte. Das sieht man einfach selten, dass man hinten raus im ersten Gruppenspiel, dass alle vorschieben, dass die Verteidiger plötzlich mit vorgehen, dass man hinten alles auflöst. Ich glaube, generell gesprochen, jetzt nicht auf Polen, Niederlande bezogen, sondern einfach eine generelle Beobachtung, wenn du sagst, warum ist das so, würde ich mir so erklären, dass man sagt, das ist das erste Gruppenspiel. Da hat man nicht diese Dringlichkeit, dass man sagt, wir lösen alles auf und riskieren, wie Neuer damals gegen Südkoreaner, wo er selbst mit in die gegnerische Hälfte ist. Ich glaube, das machst du im ersten Gruppenspiel so Harakiri-mäßig einfach nicht. Ja, okay, kann sein. Ehrlicherweise, so ganz verstehe ich es immer noch nicht. Aber ansonsten war es ein schön anzusehendes Spiel. Ja, fand ich auch. Die linken Innenverteidiger haben es so ein bisschen geprägt. Also schon witzig, dass Ake und Kivior, die beiden sind die eigentlich so mit offensiv, also zumindest sehr wichtig. Wichtige Spiele waren. Kivior sogar, der eigentlich mit die größten Chancen hatte für Polen neben dem Tor. Und bei Ake habe ich es jetzt ja, glaube ich, schon oft genug gesagt, welche Rolle der gespielt hat. Aber konnte man gut ansehen vor einem tollen Publikum. Schöner Auftakt in diesem Spieltag. Absolut. Ich fand auch das beste Spiel des Spieltags, also mit Abstand das beste, das flotteste, wo beide Mannschaften wirklich ein hohes Tempo drin hatten. Und wie gesagt, mir hat die Passschärfe von Holland zum Beispiel auch gefallen, die wirklich mit Urgency, wie man auf Englisch so schön sagt, gespielt haben. Und zwar von Anfang an. Das lag natürlich daran, dass sie auch früh in Rückstand gerieten. Du willst ja das erste Spiel gegen Polen, die vermeintlich leichteste Mannschaft in der Gruppe unbedingt gewinnen. Hat natürlich dazu beigetragen, dass sie das Tempo verschärft haben und auch hochgehalten haben, wie ich fand. Weil sie ja, wie gesagt, zurücklagen und auch lange unentschieden es stand und dadurch mussten sie ja mehr tun. Aber trotzdem war ich positiv, ja überrascht, schwer zu sagen, aber angetan. Sagen wir positiv angetan von den Niederländern. Genau. Es ist einfach schön, wenn die Erwartungen, die man an das Spiel hat, dann auch erfüllt werden. Und dementsprechend ist man dann zwar nicht überrascht, aber irgendwie dann doch angenehm berührt. Ich habe noch zwei Fangfacts zu den Niederlanden. Das eine ist, es war zum ersten Mal seit 2008, dass man in einem großen Turnier ohne einen Spieler von Ajax in der Startelf ins Spiel gegangen ist. Und überhaupt erst das zwölfte Mal überhaupt, dass das passiert ist bei einem WM oder EM. Und dann natürlich das vielleicht etwas überraschendere sogar noch mit Verbrücken, hat der zweitjüngste Torhüter der EM-Geschichte auf dem Spielfeld gestanden. Und weißt du, wer der jüngste Torhüter war und wann das war? Du hast keine Chance. Jüngst, okay. In welchem Zeitraum war es denn? In der 60er. Ja gut, dann kann ich es nicht wissen. Ich habe die Frage nur gestellt, was Irriba von Spanien war 1964. Es hätte eine ganz, ganz kleine Chance gegeben. Ich war kurz davor, Kassias zu sagen, aber ich glaube, das hat sich nur auf Real Madrid bezogen, dass der damals mit 17, 18 die Champions League gewann, als er im Tor stand, wo er so jung war und dann plötzlich Torwart wurde. Aber ich glaube, bei Spanien war das gar nicht der Fall. Deswegen hätte ich jetzt fast Kassias gesagt, gut, immerhin die Nationalität wäre richtig gewesen. Eben, also du warst schon. Die waren da dran. Ja, also das. Kurzes Abschlusswort, weil du Aki jetzt 17 Mal erwähnt hattest. Und ich weiß nicht, ob er offiziell Man of the Match wurde, aber ich würde ihm den Award geben. Ja, ohne jetzt den Awards vorgreifen zu wollen, aber ich weiß nicht. Nee, nee, und einfach auf dieses Spiel nur bezogen. Ja, finde ich auch. Also einfach unglaublich guter Spieler, überhaupt, wenn du dir mal anguckst. Also generell, die Bank der Niederlande sich anzugucken, zeigt eben, wie gut dieser Kader ist. Aber gerade eben hinten in der Verteidigung. Der Lichter spielt da gar nicht. Danny Blind spielt nicht. Also das ist schon einfach, einfach irre. Und auch, ja, also auch junge Spieler. Micky van der Veen haben sie auch noch, ne? Da ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Micky van der Veen. Hat auch keinen Platz aktuell. Gertrud will ich immer sagen, aber das ist falsch. Das ist falsch. Ich vergesse immer, wie er richtig heißt. Gertruida, oder? Ja, danke. Ja. Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich auch was, was man durchaus auch im Auge behalten kann. Also der Generationenwechsel im hinteren Mannschaftsbereich sieht man ihn nur im Tor. Aber in der, davor, in der Abwehr noch nicht unbedingt. Das habe ich auch vor dem Spiel so ein bisschen als Kritik gelesen. Ich glaube, danach ist die Kritik ein bisschen leiser gewesen nach diesem. Man kann übrigens auch Verbrücken kurz loben, wenn du ihn schon so nennst. Ich fand ihn auch gut. Ich habe ihn in meinem Kicker-Manager-Team. Deswegen war es mir jetzt persönlich wichtig, ihn zu loben. Also dadurch quasi mich auch zu loben. Er hat die zweitbeste Passquote der Premier League unter allen Torhütern. Und gerade als ich diese Info in meinem Sendungsdokument, also in meinem EM-Vorschau-Dokument gefunden habe, hat er den einzigen richtig üblen Fehlpass dieser Partie gespielt. Aber es blieb der einzige, deswegen kann man es weiter trotzdem so belassen. Das nächste Spiel für die Niederlande ist dann gegen Frankreich, bevor man gegen Österreich diese Gruppe bespielt. Auch mit Blick eben auf diesen Spielplan merkt man, wie wichtig dann dieser Treffer von Baut-Wichost gewesen ist. Das war diese Partie und dann kamen wir zu der Partie, die ich im Stadion gesehen habe und von der ich sagen würde, es war das beste Spiel dieses Spieltags. Aber da können wir gleich noch drüber diskutieren. Slowenien gegen Dänemark. Dänemark beginnt sehr kontrolliert, aber Szeszko hat tatsächlich die erste Chance für Slowenien und verfehlt das Tor knapp. In der 17. Minute dann allerdings passiert es. Es gibt einen Einwurf von der rechten Seite auf Wind, die man wohl eigentlich Wind ausspricht, habe ich jetzt gelernt. Der liegt mit der Hacke auf Eriksen, der ihn mit der Brust annimmt und dann direkt mit dem linken Fuß das 1 zu 0 erzielt. War eine tolle Vorlage von Wind und ein noch besserer Abschluss von Christian Eriksen, der zum ersten Mal seit über tausend Tagen oder über tausend Tage nach seinem Herzstillstand wieder trifft. Also eine sehr emotionale Geschichte, hat man auch allen angemerkt. Danach gibt es fast ein Eigentor der Slowenen. Das war wieder eine scharfe Eriksen-Hereingabe. Spora hat einmal zentral irre viel Platz, aber versämmelt die Ballmitnahme und dann ist Halbzeit. In der zweiten Hälfte gibt es kleinere Chancen nach Einwürfen für Slowenien. Da dachte ich schon, das wird das Spiel der Einwürfe, war dann aber doch nur eine kurze Phase. Es gab ein paar Standards für Dänemark mit Chancen danach. Heulund grätscht eine Flanke aus kurzer Distanz aufs Tor. Das war die größte Chance Dänemarks in der zweiten Hälfte. Oblak pariert da sehr gut. Czerin verfehlt mit einem Kopfball wiederum das dänische Tor knapp. Genauso wie Spora mit einer Direktabnahme. Und dann passiert das, was sich durchaus angedeutet hat, durch immer mehr slowenische Chancen. Czerjko trifft mit einem Pfund von Schuss nur den Pfosten. Und die daraus entstandene Ecke zimmert dann Jansa mit einem ebenso guten Pfundschuss. Trifft er von Hulmand noch abgefälscht zum 1 zu 1 ins Tor. Es gibt dann sogar noch die Chance aus 2 zu 1. Spora überläuft Westergaard mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit. Trifft aber nur das Außennetz und Jurymann zieht eine Flanke knapp am Tor vorbei. Dann war es das aber. Und am Ende trennen sich diese beiden Teams mit einem 1 zu 1. Die dänischen Fans, sehr, sehr freundlich, sehr fröhlich, mit denen ich mich in der Bahn auf dem Weg ins Stadion unterhalten habe, die haben mir allesamt gesagt, sehr eindringlich, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Weil A, wir kennen Slowenien, weil man hat zuletzt so häufig gegeneinander gespielt. Und B, unser zweites Spiel ist gegen England, deswegen müssen wir jetzt Punkte sammeln. Warum hat es denn nicht geklappt, deiner Meinung nach? Ja, weil sie hinten raus irgendwie ein bisschen Zugriff und Kontrolle aufs Spiel verloren haben, weil sie natürlich ihr zweites Tor nicht gemacht haben. Das gibt halt einfach Sicherheit. Und weil die Slowenien gemerkt haben, hey, so gut sind die denen jetzt heute auch nicht, dass wir hier nicht doch ein bisschen mutig was machen können. Übrigens kleine Parallelen vom Spielfilm vielleicht zu England, Serbien. Da hat man auch in der zweiten Hälfte gesehen, der vermeintliche Underdog ist ja doch gar nicht so chancenlos. Und wenn man sich was zutraut, kommt man zumindest ins Spiel rein. Chancen war bei Serbien, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, war ein bisschen weniger da. Aber generell gesprochen, glaube ich, hat Slowenien gemerkt, hey, da geht was. Wir sollten es vielleicht doch mal offensiver probieren, wir können uns was zutrauen. Und dann kann ja immer mal einer reinrutschen, in dem Fall abgefälscht reinrutschen. Also auch natürlich ein bisschen Glück. Das Pech hattest du vorher, dass du den Szeszko-Ball, dass der nicht reingeht, also so gesehen vielleicht sogar erarbeitet das Glück oder verdient. Denn der Szeszko-Schuss hätte ja wirklich gut und gerne auch drin sein können. Von daher, ja, ich glaube auch ein Versäumnis für die Dänen. Du hast das, glaube ich, oder die Fans, werden es richtig angesprochen haben, das hättest du wohl gewinnen müssen dürfen. Und so ist es meiner Meinung nach jetzt zu wenig für die Dänen. Und man hat auch die Bilder im Fernsehen gesehen, wie die slowenischen Fans auf den Rängen und auch das Trainerteam sich abgeklatscht hat und zufrieden war. Für die Slowenen definitiv ein Punkt Gewinn, ich glaube ein Punkt Verlust für die Dänen. Ja, also es war sehr interessant auf den Pressekonferenzen danach. Also bei Dänemark wurde quasi fünfmal in unterschiedlicher Variante die Frage gestellt, warum waren die Spieler so platt ab der 70. Minute und warum haben sie so spät gewechselt? Und der Trainer Kasper Niemann hat da auch sehr bemerkenswert offen drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, er findet auch, dass das kein gutes Zeichen ist, dass sie schon im ersten Spiel Platz sind so früh. Und er hat gesagt, er hatte den Eindruck, dass sie eigentlich noch ganz gut im Spiel sind und wollte eben diese Ordnung nicht stören. Aber ja, er würde jetzt im Nachhinein auch früher wechseln. Also fand ich bemerkenswert offen. Aber das war schon, also wie die dieses Spiel eigentlich hergegeben haben, hat natürlich auch mit der Chancenverwertung in der ersten Hälfte zu tun, aber Slowenien so die Tür aufzumachen, weil ich fand, dass der Spielansatz von Dänemark, Slowenien klar überlegen war. Die haben aufgebaut aus einer Dreierkette und dann haben sie im Mittelfeld, hatten sie quasi die Doppelsechs und letztlich zwei Zehner, zwei Achter, so ein bisschen VfB Stuttgart-mäßig, passt ja auch ins Stadion, also Wind und Eriksen, die haben sich so ein bisschen fallen lassen und Heulund, der hat die Spitze gehalten. Das heißt, du hattest so drei Box drei, nennen es manche Leute, damit meint man eben, dass quasi so ein Viereck in der Mitte ist. Und egal, ob das jetzt immer ein Viereck war, aber was auf jeden Fall dadurch passiert ist, war, dass alle zentralen Spieler von Slowenien eine Deckungsaufgabe hatten, nämlich die beiden Stürmer, Szesko und Spora, die mussten eben Heuberg und Schulmand decken oder aus dem Spiel nehmen. und die beiden Sechser, Czerin und Elsnick, die hätten rein theoretisch Eriksen und Wind rausdecken müssen, aber da gab es eine Problematik, nämlich Dänemark hat ja im Dreieraufbau aufgebaut und Slowenien im Zweiersturm versucht, irgendwie anzulaufen. Das hat dazu geführt, dass immer wieder einer von denen rausgerückt ist von den Slowenen und das war ganz oft Stefanovic vom rechten Flügel und manchmal aber auch Czerin, der Sechser, und dann war hinter ihm der Raum riesig und da hatte Dänemark immer reingespielt, ganz oft über Westergaard, dann über diesen Flügel. Und da kamen ja dann auch die Chancen her. Und dann hast du gesehen, immer wenn Eriksen am Ball ist, der hatte nochmal eine ganz besondere Ballbehandlung, dann wurde es gefährlich. Aber insgesamt war ja eigentlich Dänemark total gut darin, den Ball ins Angriffsviertel zu kriegen und dann hat man aber daraus zu wenig Chancen gemacht und hat damit auch irgendwann aufgehört. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil da auch Slowenien nichts dran geändert hat. Ich dachte mir, okay, die kommen jetzt anders aus der Halbzeit raus, die müssen das in der zweiten Hälfte anders machen. Nix da, die haben einen Wechsel vollzogen, aber ansonsten ging es genauso weiter. 4-4-2 gegen den Ball und die Sechser lassen sich rausziehen. Also weird irgendwie, fand ich. Und das ist schon bitter, dass Dänemark das nicht nutzen konnte. Ja, und vielleicht ist ihnen dann doch hinten raus so ein bisschen die Puste ausgegangen. Ist natürlich im Fernsehen immer schwer zu sagen, zu sagen, ob es dann so lag dafür. Wenn es der Trainer schon auch mehr oder weniger zugibt, ich glaube, dann können wir das schon so stehen lassen. Ja, aber ich wollte jetzt aus der Ferne und wirklich von der Glotze her nicht sagen, oh, die waren platt, sondern das finde ich immer schwierig am Fernseher zu. Da müsste man schon im Stadion sein, dann glaube ich nicht mal auf der Presse-Tribüne, sondern unten dran am Spielfeld wie in der Kreisliga. Da siehst du eher, ob sie platt sind. Deswegen wollte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, die waren auf jeden Fall platt. Aber du sagst es, wenn der Trainer es zugibt und wenn man schon auch wahrgenommen hat, dass irgendwie hinten raus da was fehlte, nicht mehr das da war, was davor da war, dass sie irgendwie dann Probleme hatten und dass Slowenien immer besser wurde und bei Dänemark es immer weniger wurde, dann kann man schon davon ausgehen, dass auch das Kraftthema vielleicht ein Punkt dafür war. Und eben die zu spät erfolgten Wechsel, wobei man da eben auch gemerkt hat, Dänemark, ich verstehe schon den Gedanken da von Jürgen, dass er sagt, naja, das ist eine gut geölte Maschine plus Wechsel verschlechtern dieses Team tendenziell eher. Also es ist dann ein Unterschied eben, ob dann Josef Pausen steht oder nicht. Josef Pausen hat einmal versucht, so einen Außenrisspass zu spielen, wie nur Christian Eriksen bei Dänemark kann. In dieser Sekunde waren wir alle im Stadion Zeuge davon, wie er gemerkt hat, ach, ich bin nicht Christian Eriksen. Denn dieser Pass hat gar nicht funktioniert in der Kontersituation. Und Slowenien, die übrigens doch gar nicht zur Pause schon gewechselt haben, sie sind mit demselben Personal in die zweite Hälfte gegangen. Das fand ich, also deswegen hat es mich noch mehr verwundert. Aber die haben dann eben Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Und die haben ja auch keinen schlechten Fußball gespielt, das war nur ein anderer Ansatz. Dänemark eben dieses Passspiel, dieses Ballbesitzspiel, sehr schlau, das Zentrum, gar nicht überladen, aber sich im Zentrum Räume freigespielt, in die man dann auch reingekommen ist. Und Slowenien hat halt immer sehr viel Tiefe, also unzählige Abseitsstellungen, sehr viel Umschaltspiel, viele Flanken, viele Distanzschüsse. Aber auch das hat funktioniert. Sie sind peu à peu immer näher herangekommen. Sie haben dann auch irgendwann einen Dreieraufbau gemacht. Ceren hat sich dann manchmal rausfallen lassen, aber nur dann, wenn Dänemark angelaufen ist. Und dann stand irgendwann Dänemark tief im 5-3-2. 5-3-2 war heute so das Motto des Tages ein bisschen. Und dann ist Slowenien so gut ins Spiel zurückgekommen. Und das fand ich eben auch ganz interessant zu sehen. Es ist nicht alles Taktik und es ist nicht alles irgendwie auf dem Reißbrett da, sondern du kannst auch über andere Elemente so ein Spiel drehen oder zumindest zum Ausgleichen. Verrückte These. Verrückt. Ja, ich weiß. Wer hätte das gedacht? Aber ich finde, dass man es halt so schön gesehen hat in diesem Spiel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Slowenien nicht irgendwie auch eine gute Taktik gehabt hätte, aber es waren meiner Meinung nach keine taktischen Gründe, warum man diesen Ausgleich geschossen hat. Sondern weil man eben immer näher an diesen Ausgleich gekommen ist. Ja, ja. Auch übrigens bemerkenswert. Ich glaube, das wird sich Dänemark dann auch vielleicht richtig ärgern, wenn sie möglicherweise dann gar nicht weiterkommen. Kann ja passieren, wenn du gegen England verlierst, bist du ja richtig unter Druck. Die Slowenen hatten die zweitschwächste Passquote von allen Mannschaften bisher. Nur die Schotten waren noch schlechter im Passspiel. 77 Prozent zielgenaue Pässe. Also die Slowenen, ja, waren schlagbar. Zumindest im Ballwissens war das so prickelnd nicht. Und sie waren jetzt auch, sie haben jetzt nicht so viel kreiert hinten raus. Ein XG von 1,0 sehe ich hier gerade. Und ich glaube auch nur im Strafraum fünf Abschlüsse, zwei aufs Tor, wenn ich das richtig sehe. Also es war nicht so zwingend, dass man sagt, das lag auch zwingend in der Luft, dass man hier den, oder dass man hinten eingeschnürt wird und dann muss es irgendwann fallen. Sondern nochmal, das war ein Top-Schuss von Szczesko an den Pfosten. Der kann natürlich reingehen und danach ein abgefälschter Distanzschuss, der ja auch eine halbe Hail Mary war. Schieß mal drauf und hofft, dass irgendwas passiert. Also es war auch ein bisschen, ja, war jetzt nicht zwingend in der Luft gelegen, dass dann noch der Ausgleich kommt. Und deswegen glaube ich, wird sich Dänemark hier wirklich, ja, vielleicht richtig in den Arsch beißen, dass man das nicht gewonnen hat. Ja, also wirklich. Also gerade die erste Hälfte von Slowenien, 0,06 Expected Ghost, 30 Prozent Ballbesitz, nur 22 angekommene Pässe im Angriffsdrittel. Dänemark hatte 79, also mehr als dreimal so viel. Aber bringt ja halt alles nichts, wenn du dann eben das 1 zu 1 kassierst und es eben nicht halten kannst. Und hätte Spora zum Beispiel seine Chancen nicht so vergeben, dann wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Also der hatte ja, wenn Szesko die Chancen von Spora gehabt hätte, dann hätte das Slowenien wahrscheinlich gewonnen. Ich meine, das hat natürlich auch einen Grund, warum Spora die hatte und Szesko nicht, weil das hast du schon gemerkt, dass sich da Dänemark auf ihn fokussiert hat. Deswegen hatte Szesko so wenige Aktionen im Strafraum, sondern eben eher dann so aus der Distanz, weil da hat er mal ein bisschen Raum bekommen. Und sonst waren die Verteidiger sehr gut an ihm dran. Ich fand, dass Vabic noch eine ganz gute Energie reingebracht hat bei Slowenien. Hatte jetzt nicht so viele Aktionen, aber die, die er hatte, waren gut. Und dann, ja, haben sie es sich wirklich so ein bisschen geklaut, dieses Spiel, aber dann nicht unverdient. Ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, verdient ist unentschieden, fand ich. Ja, komplett unverdient war es nicht. Kann schon so ausgehen. Ja, würde ich jetzt auch sagen, im Endeffekt bist du irgendwo selber schuld, die Dänen. Also es ist nicht so, dass es eine unglückliche Niederlage ist. Ich bin hier fast schon eine Ecke weiter. eine unglückliche Niederlage war, ein unglücklicher Punktverlust war, sondern irgendwie ein bisschen, ja, selbst zuzuschreiben, aber nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass man hier nur einen Punkt mitnimmt am Ende. Ja, und dafür war der slowenische Trainer gar nicht so zufrieden in der Pressekonferenz danach. Aber vielleicht, vielleicht hat ihm auch die Doppel-Sechs, wie sie das gespielt haben, nicht gefallen. Also Elsnick, der hat sich so oft aus der Position ziehen lassen. Das war schon echt krass. Ich bin sehr gespannt, wie die das im nächsten Spiel angehen werden. Und Dänemark dann gegen England. Ich werde alle dänischen Gruppenspiele im Stadion sehen. Oha, bist du ein Dänemark-Fan? Ja, oft war. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass die die südlichen Spielorte angekommen haben? Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht bin ich Dänemark-Ultra. Aber ich muss sagen, wenn ich mir Christian Eriksen angucke, das ist schon einfach toller Fußballer, muss man sagen. Und das war auch eine schöne Geschichte. Aber das Tempo fehlt ihm schon ein bisschen arg. Das fällt schon auf. Ach du Gottverdammter Hater. Nee, aber ich habe ja nur gesagt, das Tempo fehlt ihm. Ich sage nicht mehr, der hat da nichts verloren und sollte nicht spielen, sondern nur, das fällt schon auf. nichts mehr zu suchen. Gottes Willen, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, ich habe jetzt einen Einsatzrecord bei United, nicht auf dem Schirm, habe ich jetzt nicht nachgesehen. Aber ich glaube, so viel hat er nicht gespielt in der Saison. Deswegen, das kann natürlich dann auch ein bisschen dazu beitragen, dass du nicht hier voll im Saft bist, weil du deine, ja, jede Woche dann auch tolle Leistungen gezeigt hast, sondern es ist ja auch ein schwieriges Umfeld, ein schwieriger Verein, schwierige Mannschaft, United. Und der Fußball ist ein bisschen anders. Weniger, also ihm liegt es ja wirklich, ich glaube, das haben sie im CDF, glaube ich, war das Spiel. Da haben sie schon analysiert, dass wenn du auf Ballbesitz spielst, das liegt in Eriksen eher, aber wenn es hier hin und her geht und das Mittelfeld quasi nicht so wirklich vorhanden ist, also typisch Hau-Ruck-Englisch, dann tut sich ein Eriksen natürlich schwer, weil er dieses Tempo nicht hat und wahrscheinlich auch nicht mehr so diese Entscheidungshandlungsschnelligkeit in engen Räumen, sondern er braucht ein bisschen mehr Ruhe am Ball und dann kann er was machen. und von daher finde ich das auch eine interessante Personalie noch, ja auch mit Blick aufs Turnier noch, wie sich es entwickelt, ihn da einfach zu beobachten, denn wie gesagt, bei United schwierige Saison oder generell schwieriger Verein, in dem er spielt und bei Dänemark ist er ja wirklich so, der Maestro auf der Zehn, der auch viele Freiheiten hat, wo ihm die Mannschaft vertraut. Also definitiv eine spannende Personalie. Ja, also Handlungsschnelligkeit würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht absprechen. Ich fand, dass er eigentlich oft derjenige war, der aus einer halbwegs langsamen Situation was Schnelles gemacht hat, einfach weil er gute Ideen hatte. Aber ja, das war ein großes Thema. Also so Antrittsschnelligkeit meinte ich jetzt eher und so, die Spritzigkeit auf den ersten Metern und dann schnell und, Ja, ja, das hast du schon vor allem in der zweiten Hälfte und das war ja auch schon vor dem Turnier ein Thema bei dänischen Medien, wurde auch jetzt noch mal in der Pressekonferenz angesprochen von einem deutschen Kollegen. Da hat Juhlmann natürlich gesagt, ich habe nie an seiner Klasse gezweifelt und so weiter und jetzt war er unser Player des Matches. Genau, so ist es richtig gewesen in diesem Spiel, aber währenddessen saß auch Christian Eriksen total betroppelt neben ihm. Der war auch völlig platt, meiner Meinung nach. Also entweder sehr, sehr frustriert über diesen Punktverlust oder es war einfach sehr, sehr anstrengend für ihn diese Partie und das wäre ja nicht nicht verwundernswert. Er kann ja eigentlich nicht die Wettkampf-Fitness gerade haben. Ja. Wenn wir bei Wettkampf sind, dann können wir jetzt auch über Serbien gegen England sprechen. Da gab es, tja, erst ein relativ kontrollierendes und gutes England zu sehen. Nach fünf Minuten und neunfünfzig Sekunden hat tatsächlich Serbien zum ersten Mal einen Pass zu einem Mitspieler gebracht. Das war der erste angekommene Pass für Serbien und dementsprechend fast schon folgerichtig aus dieser Kontrolle heraus schafft es dann England auch zu treffen. Allerdings auch mit der ersten Chance, muss man sagen. Und ein bisschen Zufallselement war da noch mit dabei. Es gab eine laufende Etikette von Saka, der flankt und findet Bellingham, der da mit einem wuchtigen Kopfball das 1 zu 0 erzielt. Milenkovic dreht sich erst so langsam um, so ist Saka weg und Pavlovic versucht dann noch zu retten, schafft das sogar fast, aber er fälscht dann die Flanke genauso ab, dass sie zu Bellingham kommt und der macht diesen Lauf in den Strafraum, den er schon hunderttausend Mal gemacht hat in dieser Saison und trifft dann auch sehr, sehr gut zum 1 zu 0. Und dann, weil man das Gefühl haben konnte, jetzt ist England im Spiel, hört England irgendwie auf zu spielen und auf einmal kommt Serbien peu a peu mehr ins Spiel. Mitrovic profitiert von einem Fehler, verfehlt das Tor aber knapp, Kostic muss nach 43 Minuten verletzt runter, das war natürlich eine bittere Nachricht für alle serbischen Fans. In der zweiten Hälfte spielt dann vor allem Serbien, hat aber wenige Chancen. Von England ist wenig zu sehen, bis Harry Kane in der 77. Minute an die Latte köpft. Pickford muss einmal noch gegen Flaovic parieren und am Ende war es das, aber tatsächlich Serbien verliert dieses Spiel mit 0 zu 1 und England gewinnt ein Spiel, bei dem man bis zur 20. Minute 79 Prozent Ballbesitz hatte und von der 20. Minute bis zur Halbzeit nur noch 36 Prozent Ballbesitz. Also das meine ich mit Vorheukontrolle dann nicht mehr. Kannst du mir erklären, warum England dieses Spiel so gespielt hat? Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich am simpelsten erklären mit dem Mann, der auf der Trainerbank sitzt. Ich habe das Gefühl, das ist Southgate Art und Weise so ein bisschen wie bei, Achtung, zweite Parallele zum spanischen Fußball, wie mit Diego Simeone bei Atletico. Das kannst du ganz oft bei Atletico spielen, beobachten, dass sie ultra starke Pressing-Phase haben, wo sie früh draufgehen, wo sie draufgängerischen Fußball spielen, mutigen Fußball und dann treffen sie vielleicht in der Phase und dann hören sie irgendwann auf und denken sich, jetzt haben wir unsere Führung, die verteidigen wir jetzt. Das ist ein Mindset des Trainers, das sich auf die Mannschaft überträgt. Bei Atletico zumindest zu 100 Prozent und ich könnte mir gut vorstellen, zumindest was ich so auf Twitter wahrnehme von England-Experten, von englischen Journalisten etc. Dass man das im Kleinen, also nicht so krass ausgeprägt wie Atletico, da ist es wirklich auffällig seit vielen Jahren, aber die Verfolge sehr eng, aber dass man es im Kleinen so ein bisschen auch sieht, dass das aufgeht, Art und Weise ist. Die Führung haben wir und dann werden wir konservativer. Das heißt nicht, dass sie komplett mauern, Atletico kann ja dann auch wirklich mauern, das machen sie nicht, aber sie nehmen weniger Risiko, sie spielen weniger Fußball mit dem Ball, sie rutschen fünf, zehn Meter weiter hinter, sie verwalten eher, sie verzichten auch ein bisschen auf den Ball, sie gehen einfach weniger Risiko, weil sie denken, jetzt müssen wir eher gut stehen und eher die Bälle erobern und dann vielleicht umschalten. Ich glaube, das ist damit am ehesten zu erklären. Aber würde diese Interpretation dann nicht den Anteil von Serbien an diesem Spiel ein bisschen kleinreden? Könnte man nicht auch argumentieren, dass Serbien, vor allem in der zweiten Hälfte, ich fand in der ersten Hälfte war es noch so ein bisschen zufällig, auch die Chancen, die man hatte, das waren so Fehler, die sich dann eingeschlichen haben bei England, also unter anderem dieser Mitrovic-Schuss, aber in der zweiten Hälfte hat das ja Serbien auch einfach sehr, sehr gut gemacht, England gar nicht mehr in den Ball kommen zu lassen. Ja, also ich fand auch, du hast gesehen, dass der, ich glaube, der Coach die richtigen Worte der Serben gewählt hat in der Halbzeitpause, weil sie viel früher draufgegangen sind, weil sie viel aktiver verteidigt haben, also wirklich die Vorwärtsverteidigung hast du, finde ich, sehr, sehr schön gesehen. Die hat mir persönlich auch gefallen, ich bin ein großer Fan davon, wenn man wirklich so mutig nach vorne verteidigt, wenn man da giftiger dran ist. Ich glaube, sie haben auch viel mehr Mann gegen Mann gespielt, das fand ich auch sehr, sehr auffällig, dass sie auch mit mehr Energie gespielt haben, also wirklich mehr aggressiver waren in den Zweikämpfen oder aber irgendwie in Fouls zu verfallen, sondern wirklich einfach enger Mann dran, früher gestört, früher draufgeschoben und dass die Engländer dann Probleme hatten, ohne Ende wirklich hinten rauszuspielen. Also im Spielaufbau, ziehe ich mal eine Parallele zur Bundesliga, war schon Dortmund-esk, oder? Was man da von den Engländern in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Ach Gott, jetzt lass doch die AMBVB-Fans. Ich dachte, ich liefere dir hier eine Steilvorlage, weil du liebst doch die Parallelen, die Vergleiche zur Bundesliga. Auf jeden Fall hatte England, fand ich wirklich, enorme Probleme im Spielaufbau und das ist natürlich jetzt eine Kritik an England, aber auch ein Lob an die Serben, die das sehr, sehr gut gegen den Ball gemacht haben und sich viel zugetraut haben. Aber ich muss da mehr erwarten von so einer englischen Mannschaft im Ballbesitz, im Spielaufbau. Das war so wenig in der zweiten Halbzeit. Sie kam ja kaum irgendwie in gefährliche Räume vor. Also ja, das war schon bemerkenswert. Liegt das dann vielleicht an der relativ neu formierten Innenverteidigung bei England? Also mir ist aufgefallen, dass Declan Rice immer mehr abgekippt ist. Also irgendwann war es nur noch ein Dreieraufbau, weil Rice immer gesagt hat, komm, gib mir das Ding. Ich mach das jetzt einfach. Gut, Koehi hat glaube ich jetzt nicht so viele Spiele absolviert in dieser Mannschaft. Das ist also ein neues Element, wenn ich das richtig auf dem Schirm hab. Trent Alexander-Arnold, wie oft hat der Sechser gespielt für England? Eine Handvoll, wenn überhaupt. Ist also auch, also das sind ja zwei Aufbaupositionen. Das eine ist der zweite Sechser, das andere der Innenverteidiger, die recht wichtig sind im Spielaufbau und da hast du zwei neue Personalien natürlich. Das kann natürlich dann schon auch was ausmachen. Einfach Personalatur nochmal dann kam dazu, dass die Serben das auch einfach sehr, sehr bissig und griffig gemacht haben gegen den Ball. Und so kommt eins zum anderen. Gleichzeitig fand ich zum Beispiel Foden hing komplett in der Luft. Ja, den haben sie gar nicht. Das ist auch schwierig. Warum kommt der Ball gar nicht, also liegt es nur an ihm, muss er vielleicht dann häufiger tief gehen, häufiger sich die Bälle abholen. Da bin ich dann eigentlich schon ein Fan davon, wenn du als kreativer Spieler vielleicht auf einer Position spielst, die du nicht jeden Tag spielst oder die nicht deine 1A-Position ist und du findest dann nicht ins Spiel und kommst nicht an den Ball und hast keine Aktion, dass du dir vielleicht den Ball so ein bisschen holst. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Also Foden war gar nicht im Spiel, auch Saka ganz wenig Bälle in der zweiten Halbzeit wohlgemerkt bekommen. Wurde da auch gut abgekocht von seinem Gegenspiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es verwechselt die beiden Kanten da immer, weil sie so ähnlich aussehen. Wer war der linke Linke Innenverteidiger? Pavlovich war der linke Innenverteidiger. Pavlovich war es, glaube ich. Ich glaube, Pavlovich war es. Hat es auch super stark gemacht. Hätte ich ihm so auch nicht zugetraut gegen Saka. Also da wirklich teilweise im Zweikampf richtig, richtig bissig. Aber ja, auch von den, von den Starspielern, von den kreativen Spielern erwarte ich mir da einfach mehr, dass sie häufiger an den Ball kommen, häufiger den Ball fordern, häufiger sich den Ball abholen. Da war von allem zu wenig bei England. Im Ball wäre es jetzt wohlgemerkt oder mit dem Ball. Und das ist nämlich das, wo ich dann finde, da kann man Southgate kritisieren. Ich würde das nicht so generell machen, denn Spiele müssen gewonnen werden. Oh, jo, 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 jo. Ja, nein, so ist es. Und es hätte, was man kritisieren kann, ist, dass sie in der zweiten Hälfte, also bis auf diesen Kane-Kopfball, keinerlei Chancen hatten. Das geht natürlich nicht. Und so gut ist nämlich dann Serbien auch nicht, dass du die nicht auch mal irgendwie im Umschaltspiel erwischen könntest. Da war England nicht gut positioniert. Ich fand aber, dass dieser grundsätzliche Ansatz ein, zumindest interessanter war. Also eben Declan Rice als alleinige Sechs, gegen den Ball Trent Alexander-Arnold als zweite Sechs. Aber im Grunde war es mit dem Ball ein Fluten des Zwischenraumes. Also Harry Kane, der stand immer ganz hoch, hat deswegen auch keine Ballkontakte bekommen. Also in der ganzen ersten Hälfte, also je nach Datenanbieter, zwei Kontakte oder einen. Okay, zwei. Also absolut irre. Aber die vier dahinter, die waren sehr variabel und die haben da auch wirklich für Probleme gesorgt. Also Bellingham, Saka, Alexander-Arnold eben und eben manchmal auch Phil Foden. Und Trippier und Walker waren da diejenigen, die dadurch, dass sie weit nach vorne geschoben haben, dafür gesorgt haben, dass die Serben da nicht helfen konnten, sondern die waren quasi alle beschäftigt. Und in diesem Zwischenraum fand ich das super. Und da sind die sehr gut reingekommen in den ersten 20 Minuten. Und dann haben sie damit aufgehört. Und die Frage ist eben, mit diesem Matchplan und auch mit diesen so leicht positionsfremd verwendeten Spielern, kannst du da eben einen Low-Block-Fußball mit Umschaltfokus, der es ja offenbar sein sollte in der zweiten Hälfte, kannst du den spielen? Ich würde sagen, nein. Also müsstest du zumindest, also dann musst du zum Beispiel Alexander-Arnold auf den Flügel wieder bekommen, wenn du das möchtest. Der kann von da dann wieder seine Verlagerungen spielen, die ja dann helfen würden. Dann brauchst du auch noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf dem Feld. Aber ich finde, das kann man kritisieren. Auf der anderen Seite kommt aber halt mit dazu, also A, Serben hat es viel besser gemacht in der zweiten Hälfte und kann Southgate was dafür, dass auf einmal die Engländer Fehlpässe spielen? Also, weil die alle, die ersten vier, fünf Chancen von Serben waren alle nicht herausgespielt, sondern England hat einen Fehler gemacht und Serben hat dann daraus sich einen Abschluss gesetzt. Gut, sie wurden auch wirklich gut angelaufen. Also sie wurden unter Druck gesetzt. Ich erinnere mich an einen Fehlpass ins Aus von Dickland Rice, wo er einfach keine Anspielstation hatte. Da war sofort ein Mann an ihm dran. Er musste den Ball loswerden. Er konnte sich, glaube ich, auch nicht drehen, weil dann zweiter Serbe ihn auch gepresst hat. Also er konnte wirklich nur den Ball entweder schnell schlagen, er wollte aber eigentlich abspielen zu seinem Linksverteidiger und er war auch nicht anspielbar, war auch schon zugedeckt und dann spielte er ihn ins Aus und ja, ich glaube, den Fehlpass haben sie dann auch im ZDF quasi angemerkt, wegen einer seiner seltenen Fehlpässe. Das passiert ihm so gar nicht. Aber woran lag es? Unfassbar gutes Pressing und Gegenlaufverhalten und Störverhalten der Serben. Und das würde ich dann auch positiv, habe ich vorhin schon gemacht, aber nochmal positiv hervorheben wollen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also, dass du Declan Rice so stresst, dass der, ja, sie nie mehr so frei entfalten kann, musst du auch erstmal hinbekommen, gelingt jetzt auch nicht jedem. Also ich fand nochmal die Serben gut, aber gleichzeitig war es ein bisschen wenig rund um den Strafraum oder im Strafraum. Fun Fact für dich oder beziehungsweise eine kleine Quizfrage, wie viele Schüsse aus den Strafräumen heraus, aus der Box heraus gab es im ganzen Spiel? Beide zusammengenommen? Beide, ja. Drei? Drei, genau. Einer der Serben, es war Mitovic aus, ich glaube, 15 Metern, dann das Tor von Bellingham und die Kane-Chance, der Kopfball an die Latte. Das waren die einzigen drei Abschlüsse aus dem Strafraum. Also die Strafräume waren auch irgendwie verwaist und ja, bei den Serben musste ich das kritisieren, dass der Punch dann, die letzte Torgefährlichkeit im letzten Drittel, ihnen dann doch irgendwie abging, ohne dass man sagt, die Engländer haben das so super verteidigt, sondern irgendwie, mir hat da irgendwas gefehlt. Also ich glaube, den Serben hätte so ein kreativer Mittelfeldspieler schon gut getan, der ging, fand ich, komplett ab. Ob das jetzt, ja, welcher Name auch immer du da reinslotten willst, aber irgendwie, das fehlte den Serben, fand ich, für ihr Spiel noch. Ja, Milinkovic, Savic im Zehnerraum ist für mich quasi das Thema gewesen. Es ist schon klar, warum der Tiefe gespielt hat, weil der musste auch immer wieder helfen, dass der Ball ins Angriffsdrittel kommt und so weiter und dann hat es ja Serbien auf eine Art und Weise ähnlich gemacht wie England, aber doch wieder anders. Während England quasi den Zwischenraum zwischen der letzten und der vorletzten Kette geflutet hat, hat es Serbien ja mit der letzten Kette gemacht. Die standen zum Teil mit fünf Spielern gegen die Viererkette oder in den Schnittstellen der Viererkette, aber haben es halt gar nicht geschafft, dann irgendwie England mal auseinanderzuziehen, weil England dann so tief stand, konntest du quasi hinter die Kette kaum noch spielen und dann brauchst du jemanden, der eben in diesen Zwischenraum reinkommt und von dort dann eben kurze Steckpässe spielt, weil mit langen Bällen wirst du es nicht schaffen, Verlagerung auch schwierig auf diesem Raum und da war einfach, also da gibt es Spieler, ich finde Flauevic kann es rein theoretisch auch, Tadic auch, aber die, ich meine Tadic hat ja auch gar nicht von Beginn an gespielt, eben, hat man schon gesehen, vielleicht auch warum und dann, dann hat Kostic total gefehlt, Kostic ist jemand, der mal im Eins gegen Eins vom Flügel kommt, was hinter die Kette gehen kann und deswegen war es dann, ehrlich gesagt, auch irgendwie ereignislos, diese zweite Hälfte. Ja, ja, so kann man es nennen, aber das ist man ja gewohnt, wenn Gareth South geht bei EM und WM an Endrunden, dass er dann die Dinger dann am Ende 1-0, 2-0 gewinnt, hinten wenig, bis gar nichts zulassen, keine Gegentore kassieren, ich glaube, bei der letzten EM war das erste Gegentor im Halbfinale gegen Dänemark, wenn ich mich nicht täusche und dann, ja, gewinnen sie mit ihrem konservativen Fußball, mit ihrem biederen, vielleicht wirklich langweiligen Fußball, aber das ist ja das Wichtigste, hast du uns vorhin gelernt, ne? Ja, darf ich, es ist halt erfolgreicher Turnierfußball, man kann es ja natürlich auch so formulieren, ne? Ja, spricht ja, spricht ja für South geht die Ausbeute, dass sie bei diesen WM und EM Endrunden immer so weit kommen, ne? Also, er macht ja nicht so viel falsch, aber für den neutralen Zuschauer ist es einfach sehr, sehr bieder und dürftig, was sie da auf den Rasen bringen. Ja, vor allem, weil man halt auch gesehen hat, es ist legitim, das zu machen, ich will das jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht moralisch gemeint, aber man muss schon mal kurz anmerken, dass England auch wirklich jeden, jeden Kniff verwendet hat, um Zeit von der Uhr zu nehmen, irgendwie, Trippier wird irgendwie an der Brust getroffen, hält sich das Gesicht, Walker lässt sich behandeln und grinst dann den Physio an, Pickford wird schon in der ersten Hälfte, glaube ich, sogar schon ermahnt, dass er nicht so viel Zeitspiel machen soll, Bellingham irgendwie prügelt sich fast mit Kostic, ohne erkennbaren Grund, also muss man auch mal sagen, lasst es mal eine, lasst es mal die italienische Mannschaft machen, dann reden alle drüber, das war schon, und ich fand es auch deswegen nicht so gut ansehenbar, wie die beiden anderen Spieler an diesem Spieltag, weil das einfach sehr viel Zeit von der Uhr genommen hat, die kamen dann kaum wieder drauf, ich fand auch, dass es das erste Spiel war, in dem die, das Verhältnis zwischen Schiedsrichtern und Spielern jetzt nicht so gut war und also bisher hat es ja ganz gut geklappt, mit nur die Kapitäne diskutieren und es gibt schnell mal gelbe Karten und ich fand, Osato war der erste, der das nicht so wirklich durchgezogen hat. Vielleicht war ich aber auch nur grumpy, weil es nicht so schön war, wie das 3-Bach-Kliff in Finnemark. Ja, ich glaube, war das nicht sogar das Spiel, bei denen beide Mannschaften zum ersten Mal unter einem XG von 1, irgendwas lagen, wenn ich mich nicht täusche. Also ich sehe hier einen Expected Ghostbeter ist jetzt von SofaScore für Serbien von 0,17 und für England von 0,54. Den habe ich hier auch bei einem anderen Anbieter, genau, und ich glaube, dass beide Mannschaften unter 1 blieben, gab es bisher noch nicht. Deswegen kann man es gut und gerne fairerweise bezeichnen als das schwächste Spiel dieser EM bislang. Liegt natürlich immer auch an der Erwartungshaltung. Also wenn Schweiz, Ungarn erwartest du weniger, da bist du weniger enttäuscht, das ist schon klar. Bei England, bei dem Kader, bei den Einzelspielern erwartest du einfach mehr, aber andererseits ein Leckerbissen erwartet, oder was? Ja, andererseits bist du selbst schuld, wenn du bei Southgate's England viel erwartest. Ja, weiß ich auch. Man kennt sie ja, aber ein bisschen Sticheln muss sein, aber ja, unterm Strich, das ist das, nochmal, das ist für mich das schwächste Spiel am Spieltag. Mir hat Holland gegen Polen am besten gefallen und unterm Strich dann auch vielleicht das Spiel. Er muss das unentschieden ausgehen. Ich finde hier, das 0 zu 0 oder 1 zu 1 wäre das gerechte Ergebnis bei dem Spiel gewesen und wäre auch die gerechte Strafe für diese zweite Hälfte für die Engländer gewesen. Ja, wäre es wirklich gewesen. Naja, also man kann sich schon auf die englischen Podcasts freuen, die jetzt gerade auch produziert werden, die das morgen alle aufarbeiten werden. Wir haben nur noch eine Aufgabe vor uns, nämlich die Spieltags-Awards zu vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Alex, wer ist dein MVP dieses Spieltags? Boah, ich tue mich schwer, in welcher Kategorie wählen wir jetzt Christian Eriksen eigentlich? Ist er der MVP? Ist er der Unsung Hero? Ne, Unsung ist er ja nicht. Man muss ihn ja besingen, aber er ist der Hero oder wählen wir ihn? Das kann auch dein Moment sein, weil ich weiß ja nicht, wo du Lücken hast. Genau, oder der Moment. Oder der Moment. Ich sage ja, ich tue mich schwer auf jeden Fall. Ich will ihm am liebsten alle drei Awards geben, weil ich das schon bemerkenswert fand. Es ist die Story, auf jeden Fall die Story dieses Spieltags, wenn nicht sogar der gesamten EM, dass er nach tausend, was zehn Tagen zurückkommt bei der EM. Er hatte einen Herzstillstand, also er wurde ja wirklich literally eigentlich wiedergeboren und trifft dann im Spiel und erzielt das 1 zu 0. Das ist eine fantastische Story, wirklich fantastisch. Ganz, ganz schöne Sache, wirklich herzberührend. Und deswegen will ich ihm am liebsten alle drei Awards geben, weil ich nicht weiß, welchen er das hier am meisten verdient. Ich gebe ihm den Moment des Spieltags, weil da passt es doch ganz gut. Dann überlege ich kurz, was dann mein Moment des Spieltags wird. Moment ist fair, ja. Gehe ich mit. Dann wird mein Moment des Spieltags Wout Weghorst, wie er vor dieser Wand aus orangenen Fans steht und ich nominiere diesen Moment jetzt gar nicht, weil ich sagen würde, Mensch, Wout Weghorst, das hast du aber toll gemacht. Also hat er zwar, aber ich möchte damit die Fans nominieren, weil es war wieder auch aus Fansicht mit dieser einen kritischen Situation auf der Reeperbahn, die ja aber zum Glück gelöst werden konnte und auch keinen Fußballbezug hatte, nach allem, was man bisher gehört hat. Aber es war aus Fansicht wieder ein fantastischer Tag. Also die niederländischen Fans, die polnischen Fans haben quasi dieses Spiel zu einem Heimspiel des jeweiligen Teams gemacht. Hier in Stuttgart die dänischen und slowenischen Fans absolut fantastisch. Bei Serbien gegen England, ja natürlich, da muss man auch darüber sprechen. Es gab wohl kleinere Auseinandersetzungen. Da habe ich jetzt aber ehrlicherweise nicht die Zeit gehabt, viel hinterher zu recherchieren. Genaueres weiß ich nicht, aber also stellvertretend für die niederländischen Fans in Hamburg, Wout Weghorst, wie er vor der Kurve steht und es gibt so ein Bild von hinten, das ist einfach ein chronisches Bild. Ja, ich finde, man kann Wout Weghorst auch als Unsung Hero krönen. Ah, okay. Denn, ja, er kommt rein, erster Ballkontakt, eineinhalb Minuten im Spiel, erzielt das Siegtor und schon bei der WM erinnern wir uns, da kam er ja auch rein, da war er ja im Viertelfinale, glaube ich, gegen Argentinien heillos unterlegen, die niederländische Elf und da hat er sie auch gerettet und ins Elfmeterschießen gebracht. Deswegen, so oft wird er nicht besungen, er spielt ja auch nicht von Anfang an und spielt jetzt auch nur bei Hoffenheim und ist nicht der Starstürmer und nicht der Glamouröseste und wenn er dann seinen Job macht und zwar so gut als Joker reinkommt und wichtige Tore schießt, darf man ihn ruhig mal besingen, also Unsung Hero war ein wenig was. Sehr gut, nehme ich sehr gerne. Weißt du, wer mein Unsung Hero ist? Du kennst ihn logischerweise, Jan Oblak. Jan Oblak ermöglicht letztlich den Punktgewinn von Slowenien, weil er eben diese Parade hat in der, ich weiß gar nicht mehr, 67. oder irgendwie so um den Drehrum und das war jetzt zwar nicht die Weltklasse Parade, er ist jetzt nicht so abgetaucht wie Chechny gegen Gagpo zum Beispiel bei den Niederlanden, aber ich fand, insgesamt war er ein guter Rückhalt und vor allem, das war so ein, zumindest im Stadion hat es sich angefühlt wie ein Kipppunkt, dass eben Dänemark sogar diese Chance auslässt und dann der Nachschuss von Bar, der ja auch ein bisschen überraschend gespielt hat bei Dänemark, der wird noch von einem eigenen Mitspieler geblockt und das alles vor den slowenischen Fans und das hat sich wirklich so angefühlt wie, ja gut, also das soll heute wohl nicht mehr klappen mit einem Tor für Dänemark und so war es ja dann auch, deswegen Jan Oblak, mein Ansang Kiro. Und hast du jetzt noch jemanden für den MVP, Alex? Ja, ich will ihn nicht wählen, aber man muss ja Bellingham nehmen, oder? Ich glaube schon, dass du ihn von der Leistung her ja fast schon nehmen musst. Wir haben ja Ake schon mal betitelt, der hat auch ein tolles Spiel gemacht, aber bei sehr biederen Engländern war ganz klar Bellingham, glaube ich, der Beste, mit Abstand Auffälligste. Nicht nur, weil er das Siegdorf geschossen hat, dann redet sie es natürlich immer leicht, aber wirklich sein All-Around-Game. Das hat mir übrigens, bei England gefällt er mir immer viel besser als bei Real Madrid, das darf man hier mal sagen, denn bei Real Madrid wurde er in der gesamten Saison mehr und mehr zu Schattenstürmer, was er ja auch fantastisch macht, weil das Tor hat er ja wieder so geschossen, dass er da im Prime-Ballack-Stile da spät in den Strafraum stößt und dann entweder per Kopf, per Fuß, wie auch immer. Das Näschen hat den Riecher, das Timing hat die Entschlossenheit, das macht er eh grandios, aber das macht er die ganze Saison über schon so. Aber mir hat er generell besser gefallen, weil er tiefer im Mittelfeld spielt, wo ich ihn eher auch mag, weil er da mehr Einfluss aufs Spiel nimmt. Und das macht er halt auf jegliche Art und Weise. Und das gefällt mir so gut, Max. Er führt Zweikämpfe, er gewinnt den Ball, er verlagert das Spiel, er stößt vorne rein, er diktiert das Spiel seiner Mannschaft, er reibt sich fürs Team auf, er ist überall auf dem Platz, er grätscht irgendwie links außen einen ab und rennt dann sofort in den Achter-Zehner-Raum und führt da wieder Regie. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oder generell, wenn er so spielt, gefällt er mir noch mal besser als bei Real Madrid, wo er nicht ganz so auffällig war, weil da gibt es halt einen Toni Kroos, der noch mehr ordnet und da gibt es auch den einen oder anderen. Also Bellinghams All-Around-Game heute hat mir super gut gefallen, deswegen kann man ihn gerne als MVP nennen, wie ich finde. Da habe ich wenig hinzuzufügen, außer der Frage, also darf ich jetzt Ake nicht mal als MVP nehmen, weil ich ihn schon zu sehr gelobt habe vorhin. Du darfst nehmen, wenn du willst, aber... Dann muss ich Nelson Ake nehmen, weil der hat ein fantastisches Spiel gemacht, er war der X-Faktor im Spielaufbau gegen Polen, er war auch derjenige, der quasi ausnutzt, dass eben da Mode aus der Position rausgezogen wird, also Reinders und Ake, auf die geht dieses 2 zu 1 von den Niederlanden und ist ein fantastischer Spieler und man muss ja noch dazu sagen, gegen den Ball ja dann als Außenverteidiger und kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass er da irgendwie groß irgendwie mal Sprintduelle oder so weiter verloren hätte. Also der hat mir richtig gut gefallen, mein MVP. Die Vorbereitung vom 1-0 fand ich fantastisch, auch wieder dieses nach vorne verteidigen, wie er den Ball da erobert, wie er schon das Gespür hat für diesen, ach war das, so ein halber Querschläge über einen halben, so querfeldein, also der Pass ist jetzt auch nicht prickelnd gewesen des polnischen Spielers, aber wie er da das Gespür hat, diesen Ball zu erobern, den Ball ja abfängt und direkt in den Lauf, in den Strafraum macht, sich anbietet, also er hätte ja auch angespielt werden können von Gagbo, hat mir auch super gefallen. Also von daher, wenn ich sowas sehe, da geht einem auch als Amateurcoach das Herz auf und von daher hätte ich ihn auch gern gewählt, aber ich wusste tatsächlich, also ich hatte das Gespür, dass du ihn wählen wirst, deswegen, ja, mit spanischer Fahne ein bisschen habe ich jetzt Bellingham gewählt. Ja, stark, das ist doch auch gut. Alex, vielen, vielen Dank, das hat große Freude gemacht. Sehr gerne. Steht doch eigentlich ganz gut auch mal so im Zweier, im Dialog. Ne, wunderbar. Da hat man mehr Zeit zu quatschen, mehr Möglichkeiten. Völlig verrücktes Konzept. Ein völlig verrücktes Konzept. Wir werden es morgen noch weiterführen, dieses verrückte Konzept. Also danke dir, lieber Alex. Sehr gerne. Und auch bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern, möchte ich mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. Das hier ist die 101. Folge, die wir veröffentlichen, allein in diesem Jahr. Also beim Rasenfunk, da bekommt man noch was für sein Geld. Rasenfunk.de Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr noch die letzten Hoodies und Beanies kaufen. Tassen sind tatsächlich weg. Herzlichen Dank. Ihr habt sie leer gekauft. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Bis bald.